Haben die uns von einem lila, ne rosanen See mit wilden Flamingos erzählt, der zwar eigentlich überhaupt nicht auf unserer Strecke liegt, was uns aber schon irgendwie ein bisschen reizt. Ihr seht aber auch, wir haben noch immer kein Allrad. Woher soll es noch gekommen sein jetzt in der Zeit? Siehst du Flamingos? Bist du ein Flamingo? Da ist gerade irgendein Vieh übers Dings gerannt, über den Weg. Irgendwas kleines, dickes auf dem Boden, aber fällig. Sowas wie so eine platte Katze, also eine Katze mit kurzen Beinen oder ohne Beine. Guten Morgen, wir sind auf dem Campingplatz erwacht und Philipp hat schon gesagt, dass er sehr unruhig geschlafen hat. Ich tue mir leid wegen der Kameraführung gerade, aber kam, sobald ich die Kamera angemacht habe und wollte sie mir mopsen. Ja, danke. Philipp meint, er hat sehr unruhig geschlafen, weil er heute Nacht Hunde gehört hat und heute früh, wo ist das Brotgrümmel? Und heute früh wohl Hühne, also beziehungsweise Hähne, die gekräht haben. Ich persönlich muss sagen, dass ich das tatsächlich nicht gehört habe. Allerdings fand ich es gestern Abend viel unruhiger, als wenn man frei steht. Nur halt mit dem Unterschied, dass du dir halt hier dann keine Sorgen machen musst, wenn du Geräusche hörst, weil du weißt ja dann, dass es andere Menschen sind in ihren anderen Wohnmobilen und so. Aber es war halt unruhiger sozusagen und ja, auf jeden Fall hat mich das jetzt aber nicht am Einschlafen gehindert oder so. Es ist mir halt bloß sehr aufgefallen. Und Philipp kocht gerade Kaffee oder hat Kaffee gekocht? Also bringst du jetzt rein? Ja. Okay. Wir werden jetzt frühstücken und dann gehen wir duschen und ja, machen uns jetzt keinen Stress. Wir müssen auch noch bezahlen. Wir sind ja gestern Abend, ich weiß gar nicht, wann ich das erzählt habe, aber relativ spät sozusagen eingecheckt, also wo niemand mehr in der Rezeption da war, aber wir haben halt angerufen und so und die meinten ja, dann früh bezahlen und so. Genau, also wir machen mal das Ganze sehr entspannt und ja, wenn wir dann wieder weiterfahren, dann zeigen wir euch das natürlich. Und wir haben jetzt aber auch noch nicht so den konkreten Plan, wo wir hinwollen, müssen wir ehrlich sagen. Wir haben gestern, als wir uns mit den anderen, mit dem T4 getroffen haben, haben die uns von einem lila, nirrosanen See mit wilden Flamingos erzählt, der zwar eigentlich überhaupt nicht auf unserer Strecke liegt, was uns aber schon irgendwie ein bisschen reizt. Und naja, in der Nähe, klar, aber das wussten wir ja nicht, also was heißt in der Nähe, also das war noch kurz vor dem Ort, wo wir gestern geschlafen haben, wo wir gestern da am Strand waren und so oder vorgestern, wann das war. Wir waren beide Duschen. Es gab zum Glück in der Damendusche einen Föhn. Ich bin jetzt also auch geföhnt und geklettert, wie man sieht, und ich fühle mich super wohl. Also es ist einfach echt cool, dass wir jetzt auf dem Campingplatz waren und hier auch geduscht haben. Bei mir war zwar das Duschwasser ziemlich schnell kalt, also ich habe nur ganz kurz warm duschen können, aber sauber ist sauber. Philipp füllt gerade unser Wasser auf, also das ist jetzt sogar Trinkwasser hier, aber es ist der Abwaskanister. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Plan, dass wir zu dem rosanen See fahren und ganz doll hoffen, dass der rosa ist. Und ähm... Weil es heute das erste Mal so ein bisschen nach Regen aussieht. Ja, aber es hat ja noch nicht mehr Regen. Die Auffahrt E15 nehmen, dann auf E15 fahren. Und auf jeden Fall soll es dort wilde, freilebende Flamingos geben. Richtig cool. Ähm, das wäre natürlich was, ähm, ja, wenn wir irgendwo gut stehen, dann kommen einfach so viele Flamingos an. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns jetzt auch ein bisschen, so ganz grob mal, die Route für die nächsten Tage noch so geplant. Wir wollten einen anderen Grenzenübergang nehmen nach Frankreich, also ein bisschen weiter rechts sozusagen. Sozusagen, wir wollten gucken, ob man da abends noch, ähm, von den Pyrenäen irgendwas Schönes sich angehoben kann. Ob wir vielleicht irgendeinen coolen Pass oder so fahren können. Ja. Ähm, und... Ich weiß ja nicht, ob es in Andorra irgendwas gibt, das sieht hier, also sieht wahrscheinlich wieder genauso aus wie alles drüben. Achso, genau, ob wir durch Andorra fahren zum Beispiel, weil da waren wir jetzt auch noch nie. Ähm, es ist jetzt auch nicht so groß, also von daher, ähm, musst du da schon, das genau anpeilen, um da durchzufahren. Sonst möchtest du da wahrscheinlich, okay, durch Nichtenstein sind wir auch gedacht, wir konnten uns ja bis zu Navi nur gefahren, aber, ähm, weiß ja nicht, ob es in Andorra irgendwas gibt, das sieht hier wahrscheinlich wieder genauso aus wie alles drüben auch. Wir sind, äh, sehr nah am Rosa See, machen jetzt aber noch mal eine kleine Mittagspause und ich wollte einfach unseren coolen, äh, Parkplatz zeigen, äh, was hier so auf dem Schildern steht, wir haben jetzt hier geparkt. Hier war leider so ein blödes Schild, sonst hätten wir uns direkt davor gestellt, gibt hier noch ein paar mehr, vorne stand irgendwas mit, mit Blonden auch und hier verrückte Leute, lustige Leute, also finde ich auf jeden Fall echt, äh, süß. So, und wir kochen jetzt was, ist das voll angenehm. Einer gucken? Einer tun wir nicht raus. Mh. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ob wir jetzt Eierkuchen machen? Ja, ich auch nicht, das musst du mir sagen, ob ich das kochen soll. Wenn du Bock hast, Appetit. Ihr seht hier vielleicht überall an dem Straßenrand, hier jetzt gerade nicht, aber bis gerade eben, waren solche Orangenbäume und ich wollte unbedingt mal eine ernten und dann haben wir unter einem angehalten, wo relativ niedrig eine hing und wir haben eine geerntet, geöffnet. Die Schale war so hart, also ich musste die so richtig mit einem Messer aufschneiden, die war echt dick und hart, die Schale. Und dann war da eine sehr saftige Orange drin, die wäre auch ein Zitronenbaum gewesen. Ja, die schmeckt wahrscheinlich aber genauso scheiße. Du hast es verraten. Ja, ich weiß. Die war ganz, ganz doll sauer und bitter, hast du gesagt? Äh, du nicht. Ich hab die nicht bis zu Ende gegessen. Ach schön, ich musste das jetzt aushalten, dass du aber nicht essen wolltest. Aber auf jeden Fall, was wollte ich sagen, ähm, was soll ich denn sagen? Achso, sie war super saftig. Ja, weil wir hier, kannst du hier vor dem noch stehen? Finde ich mir so zur Kreuzung. Äh. Wenn du die Hand vom Spiegel bekommst, Nummer 50.000. Also sie war sehr, sehr sauer, aber saftig und jetzt wissen wir, warum die Leute und so, die hier nicht essen. So, also von Weitem sieht man jetzt noch keine Flamingos. Also von Weitem, ich bin so halbwegs nah am See, aber ich hab noch keinen Weg direkt an den See gefunden. Weil irgendwie, das hat ich mir nicht ganz so leicht, weil hier sind so Trampelpfade, ach, hier ist einer, der vielleicht zum See führt. Also keine Trampelpfade, aber nicht so richtig, also manche führen halt so ein kleines Stück da rein und dann auf einmal nicht mehr weiter. Aber von hier, was sieht der See jetzt nicht besonders rosa aus? Und ja, wie gesagt, Flamingos sehe ich noch keine. Also hier ist gar nichts los an Tierchen, also doch ein paar andere Vögel waren da und hier hab ich gerade aus Versehen ein bisschen aufgescheucht. Also das ist Vögel, super, Vögel sind an sich schon da, aber keine Flamingos. Wobei doch ein bisschen rosa ist es. Es ist eine trübe rosa Brühe. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt ausseht, aber es ist schon rötlich oder rosa. Flamingos sind gerade keine da. Vielleicht sind die auch nicht an der Ecke, weil, wie ihr seht, der See ist dann doch schon etwas größer. Wir begeben uns nochmal auf Mission. Der Hund auch gerade. Also auf Flamingos sucht Mission. Hier ist nämlich noch ein anderer See und da gibt es auch noch so eine Laguna, die schütteln, um Orangenzug. Genau, wir versuchen jetzt nochmal woanders nach Flamingos zu suchen. Wir haben noch ein bisschen recherchiert, aber die Frage ist halt auch, ob die wirklich gerade da sind, wobei wir uns da relativ sicher sind. Nach 100 Metern im Kreisverkehr, zweite Ausfahrt Avenida de las Urakas nehmen. Aber wie Philipp schon sagte, der See ist und die beiden Seen sind ziemlich groß, also die können sonst wo sein. Also ihr seht mal wieder, Google Maps scheut in Spanien keine Art von Straße. Wenn es Topapola war oder wie war das? Ich frage mich halt, wieso die in Deutschland uns nicht über sonst was für Feldwege sagen. So was gibt es nicht in Deutschland. Ja, oder die sind da halt nicht eingezeichnet. Rechts abbiegen, dann leicht links abbiegen. Ach klar, da unten rechts abbiegen. Wohin? Na da unten, da, da ist so eine Vollzüge. Boah. Ihr seht aber auch, wir haben noch immer kein Allrad. Woher soll es doch gekommen sein jetzt in der Zeit? Wir sind ein Stückchen zurück. Zu Fuß gegangen und wir sind jetzt hier an so coolen schwarzen Bänken und Tischen und hier vorne ist jetzt ein Aussichtsturm und der See und da gehen wir jetzt mal hin und gucken. Wie sagt man, wie sagt man, Satellitenkarte war der bläulich, aber auf einigen Fotos hatte der auch einen rosa Touch. Und ich glaube, das kommt halt immer drauf an, wann man hier ist und von welcher Seite das Licht kommt und so. Genau, wir gucken jetzt mal. Und es ist noch nicht mal um sechs und es wird langsam dunkel. Aber wir haben gerade darüber diskutiert, Entschuldigung. Alles gut. Dass es tausendmal später ist als in Deutschland jetzt zu dieser Jahreszeit. Aber das ist uns trotzdem irritiert. Also man denkt so, oh wir müssten gleich Abendbrot machen. Dabei, wenn wir so um acht oder kurz nach acht essen, dann ist es ja jetzt noch viel zu zeitig. Vor allem ist es von der Temperatur her auch noch angenehm. Bei uns wäre es halt auch schon schweinig kalt. Ja, weil es halt dann schon ganz dunkel wäre. Siehst du Flamencos? Bist du ein Flamenco? So eine Insel mit Vögeln. Du kannst gleich mal ranzoomen. Falls ihr uns überhaupt noch seht, wir haben uns nicht so weit bewegt. Ihr seht hier immer noch diese Bänke. Wir haben gerade noch ein paar Bilder gemacht. Allerdings weiß ich nicht, ob ich euch was einblenden kann oder will. Weil ich die jetzt nur in ganz klein auf dem Display gesehen habe von der Kamera. Und die noch ein bisschen aufgehellt werden müssen. Ja, wir haben jetzt beschlossen, nicht mehr hier weiter spazieren zu gehen. Also wir haben jetzt keine Flamingos gesehen. Auch nicht vom Aussichtsturm. Ist natürlich schade. Aber ansonsten, nee, nicht ansonsten. Aber trotz alledem haben wir halt mal noch was anderes hier gesehen. Der Karl hatte vorhin super viel Spaß. Auf dem Parkplatz, wo wir vorhin standen. Da kann ich euch jetzt auch was einblenden. Und er ist rumgerannt und hat so seine Geräusche gemacht. Das war so süß. Und dann waren da so viele Hunde und so. Und er konnte halt einfach mal ganz frei rumrennen, wie er wollte. Da kommt ein Auto. Da ist gerade irgendein Vieh übers Dings gerannt, über den Weg. Irgendwas kleines, dickes auf dem Boden, aber fällig. So was wie so eine platte Katze. Also eine Katze mit kurzen Beinen oder ohne Beine. Du hast eine platte Katze. Da läuft's. Dort links in den Büschen. Guck mal. Es bewegt sich. Jetzt bei dem Busch, da wo du bist. Da dahinter ist es. Hier ist übrigens ein schöner Sonnenuntergang und ein Mond. Ja, also wir suchen jetzt was zum Einkaufen. Dann suchen wir uns einen Schlafplatz in der Richtung von da, wo wir fahren. Wir haben nämlich vorhin eine grobe Routenplanung gemacht und haben beschlossen, einen Pyrenäenpass auf dem Rückweg mitzunehmen, der dann dafür sorgt, dass wir nicht nur bei dieselbe Rückwegstrecke durch Frankreich fahren und somit auch Paris umgehen. Und dann... Darum ging's mir eigentlich gar nicht unbedingt. Einfach nur, dass wir nicht zweimal dieselbe Strecke fahren. Ja, das auch. Man fährt die ganze Zeit eine große Tour, eine große Runde. Man wird ja jeden Tag was anderes sehen, aber hinten am Rückweg ist der gleiche. Das finde ich so schwachsinnig. Ja, das auch. Philipp und Karl schaffen gerade den Wagen weg. Wir haben ziemlich weit weg geparkt, weil hier sind solche... Also da, wo man halt... Wie meint, ich schließe mich erst mal ein. Obwohl die Eintrisch stehen noch offen. Egal. Wo man hier in der Nähe vom Eingang sind solche... Naja, solche Wettenschutz, was auch immer. Und da passen wir nicht drunter. Deswegen standen wir halt jetzt hier weiter weg. Und ich wollte Ihnen zeigen, was wir jetzt... Ähm... Ja, das kommt aus Deutschland. Alles klar. Ähm... Das ist... So toastmäßig. Mit Käse und Sonnenblumenkern. Ich glaube, das ist für den Karl ganz lecker. Das kommt zum Glück aus Portugal. Das sind solche Protons. Das geben wir dem Karl auch gerne mal so. Und ähm... Das sind Spekulatius. Mäh! 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 So! Gesundheit! 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 Wir haben unseren Schlafplatz erreicht und ähm... Und die Schlafplatz... Nein, die einen haben noch nicht dran. Ähm... Das ist hier ein Stellplatz, also ein Parkplatz mit Dusche und WC. Mitten im Nirgendwo. Also so gedacht, dass man hier wild kämpft. Voll cool eigentlich. Ähm... Wir sind wirklich, wirklich mitten im Nirgendwo. Und hier steht noch ein Brite und ein Spanier. Wie ist denn hier so nass? Er hat getrunken. Ähm... 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 Genau, die stehen halt auch noch mit hier. Und wir machen es uns jetzt gemütlich. Kümmern uns ums Essen. Ich will aussteigen. Ich will aussteigen. Ja! Ja! Und ähm...